Musik Wir hier im Südtiroler Sanitätsbetrieb haben einen ganz entschiedenen Anstandsbrauch und das ist ein Mails verstecken. Leider habe ich einen Fehler gemacht und habe die Mails verschickt, bevor ich sie versteckt habe. Aber da habe ich einfach meine Freunde umgerufen und gesagt, macht es mit bei der Hetz und versteckt die Mails abhängig. Jetzt, leider Gottes muss man sagen, hat Christoph Franceschini, der alte Osternestbeschmutzer, nicht viel übrig für den Schien Südtiroler Brauch von Mails zu verstecken und er hat sie gefunden. Jetzt hol mir die Eier. Musik 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 Musik